Oh, 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 oh mein Gott, was? Jo Leute, was geht, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video, heute ist, leider Gottes, wieder mit dabei, äh, Vive HD, ist alles so schlimm, weil der Content, den wir uns heute reinziehen, genauso beschissen ist, und zwar geht es um Twitch-Fails, ganz genau, ob es richtig gehört, Sachen, die in Twitch oder auf Twitch so nicht passieren hätten sollen, die schauen wir uns heute gemeinsam an, und ich weiß nicht, wieso ich den Lukas dabei habe, ich glaube, Julien Bam und Ani Sedak haben einfach keine Zeit. Wir checken auf jeden Fall jetzt die Twitch-Fails aus, meine Freunde, let's go, der Hase, schauen wir mal ganz kurz, was hier so passiert, checkt gerne da auch Top-Keck an der Stelle mal ab. Das ist ein Zweitkanal von dir wegen Keck, oder? Ich will nur kurz anmerken, das wäre so ein Szenario, da wäre Rewi wahrscheinlich echt gerne im Chat dabei. Ich bin der oben links, ich bin der oben links. Alles klar. Was ist das immer, wo die da alle so zusammenhängen, ich will das auch mal machen. Ich wollte gerade sagen, Jäger. Er hier gerade ganz normal mit seinem Chat an Grinden. Oh, jetzt guckt es die Clips von denen an, Alter, nein. Das Clip ist just called Yummy, what's this? Oh, he's just picking his nose while playing Death's Dish. Das lädt er hoch. Warum? Darauf reagiert er so, cool man, der frisst da seinen Popel entspannt, okay, und hops genommen. Das war's. Oh, das ist ein Disrespect. You know how wrong you are? Don't be so stupid in the chat. We got somebody in the chat, who says, donating to a millionaire. God, you're so f***ing stupid. It's multi-millionaire. Ah, okay. Motor. Okay, ah. Sorry, muss ich nicht. Also, an der Stelle, Doktor, nichts Respekt. Man muss ihn einfach respekten, weil das ist genau die Art, wie ich auch mit meinen Zuschauern rede. Leute, schreibt mir auch, du bist doch schon reich. Sorry, aber es geht ja immer noch mehr, oder? Ja. Oh, oh. Oh, Junge, hat sowas auch noch on-stream passiert. Oh, wo ist das on-stream? Oh, wo ist das on-stream? Nossi-Relapse-Stream, Digger. Let's go. Junge, einfach Monster gewesen. Was macht der? Nein, es ist Tyler-One. Was macht der? Es ist eine Nerf-Gun. Okay. Klappt nicht. Oh, oh. Guck mal, an der Wand, was da hängt. Oh, oh. Vorsichtig. Ja, Corona. Was macht der? Die Nerf-Gun klemmt irgendwie. Das ist diese Fortnite-Gun. Die habe ich auch bekommen. Digger, ich habe so viele Fortnite-Gunz am Start, aber das war die nicht. Schießt die bestimmt genau in die Eier jetzt, oder? Dann wird es tatsächlich... Tut das weh? Ja, das wird in die Eier schliessen. Pass auf. Oder das schmeißt die in die Wand. Eins von beiden wird passieren. Oh, bro, ich weiß es nicht. Oder die rutscht ab und in die Eier. Ich habe keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall... Äh... Das war unexpected. Okay. Car-Live-Strees? Laber. Digger. Gar nicht geil. Gar nicht geil. Leute, live-streiben einfach beim Auto zu drüben. Was? Have you ever had sex with... Was? Was? Ah, ja. Mit deinen Eltern, oder was? Ich habe keine... Ich verstehe es nicht. Er macht irgendeinen Ordner auf. Was sind das für Icons auf seinem Desktop? Was ist das alles? Guck mal. Top Ten Force and Ears. Ah, das sind seine Twitch-Dinger. Guck unten links. Seine Ohren. Äh. Warum? Hä? Das sind so Crush-Videos, aber die gehen doch nicht über Ohren. Hä? Was ist das? Digga, das ist übel verstörend. Hä? Was? 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 Ja, Digga, da wäre ich an der Stelle auch mal raus. No more Links. Ja, anyone. Keine Links mehr. Keine Links mehr. Keine Links, nie mehr. Never again. Oh, was geht da ab? Hey, warte mal. Hängt ihre Brust da raus? Ja. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, 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 oh das ist das Video. Alter, Alter, warte, warte, warte. Wie kann man das nicht merken? Wie kann man das nicht merken? Lass uns mal zurückgehen. Ich werde 10er nach dem Video revigure die richtige Szene. Guck mal, Digga, wie die da hängt. Das ist doch mit Absicht, oder? Also, das kann schon sein. Meine Verhältnis auch. Ich sag nichts mehr. Ja gut, Bruder, aber du. Die guckt gerade in den Chat und denkt sich, warte mal. Was schreiben die? Oh my no worst time. Wiehst du das? Das ist der Twitch-Band, Digga. Wie unangenehm. Okay, da wir doch nicht auf 10 Minuten sind, meine Freunde, machen wir natürlich weiter an der Stelle hier. Ihr wisst ja, wie das läuft. Wir haben hier nochmal eine Fail-Compilation. Lukas, du musst ja auch ganz ehrlich sein, du würdest schon sagen, dass das auf jeden Fall hier sehr, sehr unterhaltsam gewesen ist, oder? Ja, hat mir ganz gefallen. Pass auf, dann gucken wir jetzt mal ganz kurz Best Top Attacks to Speeches. Und zwar ist das, wenn jemand donatet, gibt es dann so einen Alert, der dann quasi alles vorliest. Okay. Er spielt Subnautica. Wait, they told you to kill yourself because they say never f*** you. Nobody's being awful. When you lock in soldier now, he says I'm gay. And playing as me makes you gay, too. Outtakes. Then when he uses Ultimate, the game automatically sends an email to your father, telling him I'm gay now. Progressive game is he gay. Junge, was? They traveled 54 million kilometers to find water, lol. They are so stupid. This water in my toilet, they could have just come to my house. Oh, nein. Alter, nein. Geil, der ist in so einem Laden in so einer riesen Box. Open Applikation Pornhub. Open Applikation Pornhub. Das ist geil. Jesus, Gott damn it, dude. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Geil. Hey, der ist in deinem eigenen Box. This always helped me to get my nose free. Was? Was? Ey, voll gut, dass du in den Haustupf machst. Okay, versuchts. Maybe auch Heilmittel gegen Corona, man weiß es nicht. Hello, Shroud. This is Psychosis Speaker. Hello, Psychosis. We learned a new position yesterday with Jeff Bezos, his wife. She's called Simba. Was? When you come all over a girl's stomach, you swipe your finger through it. Nein. 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 König der Löwen. Nein. 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 Meine Kinder. Oh, geil. Okay. Ich hab's an der Stelle mal nicht zensiert. Ich hoffe, ihr habt's trotzdem verstanden. Alter. Schaut, das ist richtig verstört. Guck mal. Es. Oh, Digga. Dieses Game. Ich hasse es. We are beginning to believe you are intentionally losing to solicit our donations. Nobody can possibly be this bad at our encounter. Even Ninja beat it in six attempts and he is functionally brain dead. Oh, Bro. Ich liebe ihn. Das ist Pay Money Wabi, einer der geilsten Content Creators auf Twitch und YouTube. We'll talk. Outtout to Mac Miller for being 140 days sober. No. Oh, oh, oh. Bro, Digga. Das ist zu hart. Das ist zu hart. Er lebt halt nicht mehr. Shout out to you, brother. That is fucking awesome. Keep it up. Have a drink tonight. You earned it. Just kidding. Your daughter would be very disappointed. Oh, oh. And here we go. This one is dressed too. Grand loaf. Producer, I thought you said this shit was cleared. I'll try to cover it. Okay. Was ist, was hat er bekommen? Images you should not masturbate. Was? Was? Was ist was für ein... Ich will das Buch ab. Oh wait, Mac Miller's dead? Oh no. Oh no, er wusste es nicht. I didn't even put the... I love Mac Miller. Oh, I didn't even put that together that's... I still... Oh no, oh no. Meine Facecam ist bald um jetzt aus, weil der Speicherplatz voll ist. Besser ist das. Ja. Jürgen, der macht voll auf Ehren. Junge, wie der mit seinen Augen geflamed wird. Junge, zählt mal. What happened then? Alter. Was ist denn? Alter. So geil, Digger, so geil. Und hops. Und hops. Komplett... Ja. Sox, to stuff your bra, since you are going for the all fake look today. Ohhhh. Ohhhh. Already in it. Okay, der streamt aus diesem Wagenhaus. Das ist cool. Oh nein. Oh nein. Emergency alert from Center of Seas Control. You are required to be practicing Sessionist with CC. Emergency alert from Center of Seas. Nein, 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 Junge. Aber das ist gut. Und die machen das auch noch alle. Die machen das auch noch alle. Er hängt dann seinen Kitschrug. Scheiße. Aber nicht schlecht gespielt, ne? Danke, dude. Danke, dude. Danke, dude. Can we tell you a story about the time you came on my titties again? Oh. Ohhhh. Ohhhh. Das wird verhält der Freundin wohl nicht. Wait, Junge. Did you just call her babe? Nein. You told me she was your cousin. Are you cheating? Oh nein. Oh nein. Oh nein. I can't deal with this shit. Oh, guck mal, sie rafft es nicht. Sie schreit es so. No, dude. What the fuck? Summit is the type of guy if he got two blowjobs, he would come over and give you one. Oh shit. I'm gonna look into this. I'm totally gonna look into this. Shut up donators. We are all nerds watching a complete idiot play this game. We all lose at the end. Hahahaha. Es ist wild. Her girlfriend got some juices. Hahahaha. 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 Alter. Diese ganzen weirdos. Du musst dir das vorstellen. Diese ganzen weirdos im Chat. Die ganze Zeit immer am geiern und auch Frauen am hitten. Wir lieben es. Leute, das war's auf jeden Fall von dieser wunderbaren Twitch Compilation. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, auch gerne ohne Vibe. Lasst gerne Daumen nach oben da. Ich bin an der Stelle raus und freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Ich bin an der Stelle raus. Ich bin heute Abend wieder live. Macht's gut da rein. Bis dann. Tschüss.